Wir haben zum Beispiel schon mal einen Plan, was, äh, also, haben wir jetzt gerade auf dem Diskurs nochmal geschrieben, bezüglich dieses Lama-Lied, äh, dass man daraus einfach mal eine 24-Stunden-Version macht, und das dann, ach, der ist hier der Schluckauf-Unkel. Du musst dir nachher unbedingt mal das Lama-Lied anhören. Ich, äh, Sio hat eine sehr tolle Idee, und zwar eine 24-Stunden-Version daraus zu machen und Menschen zu foltern. Jeder hat sein Hobby. Ich weiß, wenn ich damit folter. Innen. Ich? Mein Freund würde es feiern, deswegen kann ich ihn damit nicht foltern. Dann feiere ich es auch, damit kannst du mich dann auch nicht mehr foltern. Ich nehme dir den Wind aus den Segeln, bam. Kannst du gar nicht. So, komm jetzt endlich rein, du Lama-Nudel. Ja, ich starte doch schon. Hallo? Ja, start schneller. Sag das Gwendolin, sag das nicht mir. Shepard? Shepard? Ja, Rubinrot. Und dafür Blau. Ich mag die Gwendolin. Und mal Grün. Aber, 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 ja, das Gespräch hatten wir schon mehrmals. Aber voll cool, dass, ähm, Among Us jetzt auch ein deutsches Interface hat. Ja, müssen wir auch noch ausprobieren. Je nachdem, wie, äh, die meine Schmerzgrenze gleich ist. Ich glaube, ich schreibe mich das Spiel wieder an. Also, je nachdem, wie lange ich das aushalte, weil, äh, neue Karte, neue Maps und so weiter, ne? Neue, neue Autos. Ja, ja, das hältst du schon aus. Das sagst du. Ja? Hm. Hallo? Du bist auch jung, frisch, knackig. Du hältst das aus. Ja, das stimmt, aber dank dir sind meine Nerven nicht mehr ganz belastbar. Mir? Hm? Ich schau dir den Schluck auf, ey. Das ist, äh, Karma. Ja, mein kleiner Silly-Charting-Denit. Schauen wir mal, was uns erwartet. Juppie, jäi, jäi, Schweinebacke. Schweinebacke. Flieg, kleiner Silly-Charting-Denit. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Naja, rei-theorisch, fallen wir auch. Diggi, warum fallen wir? Weil ich fett bin. Also komm, diese Antwort war jetzt, also komm, bitte. Schön. Wieso fallen wir immer noch? Das brauchen wir nicht mehr. Weil wir keine 60 Leute sind, die fallen. Ah, jetzt. Äh, überwinde. Was, was? Ach, das kennen wir doch. Ja, das ist, äh... Du tust irgendwas, wenn irgendwas neu ist, Mann. Da verlieren wir doch auch. Das ist doch vollkommen wurscht. Hier bin ich. Wenn alles gut läuft. Ja, genau, wenn alles gut läuft. Alter, ich will so eine Disco-Kugel. Ich bin hierhin. Wo bist du? Ja, die sind cool, ne? Ah, ich sehe dich. Die finde ich auch. Echt, die Disco-Kugeln sind geil. Die Fetzen. Ich bin so ein halber Alien. Ey, ey. Wieso ein halber? Weil das Unterteil kein Alien ist. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh. Äh, wie konnte man sich noch mal festhalten? Ach so. Eine Glärtaste. Ja, ich spiel mich Controller. Das bringt mich nicht weiter. Ja, da, womit du springst. Nee, gar nicht wahr. Nein. Shift. Ja, keine Ahnung, was bei dir Shift ist. Ich muss... Bei mir Shift hilft aber. Ich muss mich mit... Shift, Shift. Ich glaube, ich muss mich mit R2... Ach, nee. Xbox ist RT. Warum spielt man auch sowas über Controller? Weil das einfach besser ist. Nein, ist es nicht. Natürlich. Ganz offensichtlich. Du weißt ja nicht mal, wie du es vertellt hast. Weiß ich allgemein nicht, weil ich das einfach aus Intuition mache. Intuition. Intuition. So, ich bin drin, ne? Auf jeden Fall, ich bin im Ziel. Ich auch. Ich war vor dir. Ich war vor dir. Ich war vor dir. Oh. Was wirst du denn? Ich gucke gerade Googly Turling Coffee zu. Ich gucke gerade Powerful Shufflethill zu. Und jetzt Pabalus Topling, dann die Secret Gleaming Boxer. Er Traveling Comet. Oh, besten 50%. Ich nicht. Wäre ja auch ein Wunder. Was? Hä? Wer hat das gesagt? Ich frage es nicht. Ich frage es nicht. Ich frage es nicht. Ich frage es nicht. Oh. Ich frage es nicht. Gib mir meinen Schwanz! Gib mir meinen, gib mir meinen Schwanz zurück! Gib mir meinen, gib mir meinen Schwanz zurück! Ey, du grüner Pflegel! Ey, du grüner Pflegel! Ach so, das bin ja, ach so, wir sind ja, ach ja, das ist, ach so, ach ja, ach so, ach ja, ach scheiße! Gib mir deinen Schwanz! Oh, ich hab einen! Das klingt so, das klingt so falsch! Ey, gib mir meinen Schwanz zurück! Ja, wenn du das hast, ist das was anderes! Vor allem, unser Team hat einfach mal so am wenigsten, ne? Ich finde die Musik einfach herrlich, ey! Ja, wir verfolgen hier gerade einen gelben. Ähm, da! Nein, nein, nein! Gib mir meinen Schwanz, blöder blauer! Aua, aua! Die kleine Ratte, bleib stehen, du Penner, ey! So lange hatte ich noch nie meinen Schwanz! Du willst doch auch, dass ich meinen Schwanz wegnehme, also! die armen ich sehe da so viele neue maps noch doch ich als ich allein gespielt habe gibt mir mal okay meine pille schweine pille gibt mir eine schweine pille ach komm du bitte ich hab's gleich nicht du ich meine ich nicht wow 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 scheiße 9 von 15 ja du musst es schaffen komm bitte 12 von 15 oh 13 von 15 jo gepofft geschafft bitte scheiße ja ich war so ein bisschen erstaunt ja wen meinst du denn eigentlich komm siehst du dass du ins goldene reingubst ja wen meinst du denn eigentlich dich ich heiß doch nicht honey snowflake hunking snowflake magic hunking snowflake oder du bist du das doch du bist du das ich weiß ich weiß dass ich so heiße ich würde dass du das sagst okay gut das heißt bye bye hi ich schaue dir zu ich schaue dir zu und lerne wie ich sterbe jetzt in der nächsten runde ich bin voll gestorben das wollte ich nicht lernen bei dir klingt das irgendwie so psychomäßig ey ich weiß ey was ist los mit dir ey was ist denn mit dir weißt du meine meisten frauen klingt das richtig niedrig und richtig knuffig ich glaube das würde mich heute abend irgendwie verfolgen ich weiß nicht warum ja weißt du weißt du meine meisten frauen das war so richtig niedrig und richtig süß bei mir so richtig es klingt nach es geht schon weiblich aber es ging halt einfach als würde total der psychopat ich weiß aber so um guck mal das kräftige noch nicht das hier na klar doch ja aber es ist anders aufgemacht naja das hatten wir aber auch schon das ist von der freier map ja und mit dem unterschied das jetzt auf einmal irgendwie so komische rosa eiskugeln rumfliegen nein 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 warum werde ich eigentlich immer so wassisch getroffen vielleicht mag sie dich naja da guck mal der machts richtig da der eine rechts von dir da steht da einfach nur rum und macht erstmal nichts bis was passiert nein 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 oh gott ich muss nur noch ein paar sekunden durchhalten ist das in deine dose yo ja komm schon ja 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 ich bin bei einer rausgeflogen ich bin bei einer rausgeflogen noch neun übrig das Ding habe ich bisher noch nie überlebt wie ja vielleicht ja jetzt was kommt jetzt was kommt jetzt was kommt jetzt was kommt jetzt oh nein oh nein Ach das Ding, ach du Scheiße. Alter, Gandalf ist ja auch da. Gandalf. Ja, der neben dir. Ja, ich weiß. Schräg hinter mir, meinst du. Gut, zwei sind schon unten. Das könnte gut aussehen für dich. Sag das nicht. Okay, das sieht schlecht aus. Boah, Hälfte. Das baut überhaupt keinen Druck auf, ne? Nein, was denn? Nein! Ich hätte es schaffen können, ey. Ich hätte es schaffen können. Aber komm, war gut. Ich bin bis weit gekommen. Ich hätte gewinnen können. Ich hätte echt gewinnen können. In unseren Herzen hast du doch gewonnen. Boah, dafür steig ich aber hier ganz schön viele Level auf. Wenn jetzt Levels, Bro. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohohoho. Ich heile deinen Arm. Oh Gott nein. Das Kind sagt nicht, weiß nicht was es sagt. Oder irgendwie so. Ich kann es jetzt nicht 1 zu 1 wieder geben. Ich glaube so ungefähr im Groben war es das. Ohayo. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Oho nukuzukimasu. Nukuzimasu. Ohayo gozaimasu. Oho arigatou. Mr. Robato. Ich will japanisch lernen. Ich will japanisch und latein lernen. Was setze ich davon ab? Meine schlechten Sprachkenntnisse, die ich schon bei Englisch habe. Und meine Unfähigkeit Sprachen zu lernen, ich kriege noch nicht mal deutschrechtlich hin. Zumindest bei der Grammatik hapert es. Grammatik? Ja. Ach das. Rechtschreibung ist eine Geduldsfrage bei mir. Wenn ich nicht zu viel nachdenke, kriege ich Rechtschreibung hin. Die Grammatik, die wird mein Leben lang hapern. Ach. Das wird nicht. Schon alles gut, Mann. Ich möchte so einen Haifisch haben. Haifisch. Ja. Was wollen wir tun, Fisch? Das ist die Wahlfisch. Und ich möchte nicht von so einem Schneeball überrollt werden, weil es trotzdem also von daher. Du bist so fest, du bist der Schneeball. Ey. Was? Keine Anspielung hier, ne? Ich sag nur die Wahrheit. Ich sag nur die Wahrheit. Ist doch wahr. Weißt du, du darfst Brüche auf deine Kosten machen, aber andere... Da, du darfst du doch hoch. Doch! Nein, nein! Ich bin zu fett. Komm mir nicht hoch. Ich still mir nicht meinen Posten, ey. Nimm mir nicht noch das weg. Doch. Hui! Alter Schwede. Ich bin doch jetzt geflogen, doch. Weißt du, dass das Ding da kommt? Ja, ich hab's nicht gesehen. Och, fick dich. Juhu, ich bin der. Bin drin. Ey, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Aufgrund dieses verfickten Ventilators. Ventilator. Dann krieg ich aber hier richtig an Christian. Okay, ich bin drin. Scheißegal. Jetzt können hier alle sich davon aus ins Knie ficken. Ventilator. 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 Es gibt kein Lied mit Ventilator. Doch, klar. Es gibt ein Lied mit Ventilator. Ja, ja, wenn du eins erfindest. Nein! Nein! Es gibt ein Lied mit Ventilator. Ja, völlig losgelöst von der Erde fliegt uns der Ventilator. Ja, ja, schon klar. Ventilator. Äh, die Orsons. Die Orsons Ventilator. Ja, von Anno irgendwas. Ja, aber es gibt ein Lied mit Ventilator. Ja, aber es gibt ein Lied mit Ventilator. Ja, okay, du hattest recht. Ja, natürlich habe ich recht. Mein Freund und ich feiern das. Beziehungsweise mein Freund feiert das. Ich, weniger, aber... Stimmt, du hast auch recht. Die zeigen so viele neue Maps und wir kriegen wohl den Ladenrotz. Ja, sag ich doch. Ich habe öfters mal recht. Nicht immer, aber öfter. Nicht immer, aber immer öfter. So ging es. Ich will eine von diesen neuen Maps. Von den coolen. Und wir kriegen diese... Von den coolen. Wer sagt ihr, dass die cool sind? Dieses Auslaufmodell hier. Ja, was wäre mal zumindest etwas Neues. Du bist doch mit den neuen Maps total überfordert. Ich bin auch schon mit der Map überfordert, aber warum geht es ja gar nicht. Ach doch, hier ist was neu. Wir werden jetzt beschossen. Ne, das gab es vorher auch schon. Okay, dann... Doch, das gab es vorher auch schon. Das ist eine der ersten Maps, glaube ich. Nimm mir doch nicht alles. Aus der ersten oder zweiten Saison. Ja, nimm mir doch nicht alles. Entschuldigung. Für mich ist das jetzt neu. Ja, kann ich doch nicht dafür, wenn du feiertest. Nein! Scheiße! Na, ist leider rausgeflogen. Ja, wer denn? Ja, du, ne? Was? Ich bin da noch voll dabei. Ne, glaube ich nicht. Ich bin hinter dir. Das unsichtbare Ding. Ja, siehst du, was mich erkannt? Geil. Komm schon, ey. Also, ich sollte es eigentlich schaffen. Sie sollte es eigentlich schaffen. Ich habe so, dass du dich für mich freust, ey. Gott, wirst du dich spielen, ey. Ja, du wolltest es spielen. Werden auch lieber am Onger spielen können. Alles gut. Oh, da kommen wir auch gleich noch her. Du weißt doch, ich sag das doch immer. Je nachdem, wie mein Aggressionslevel gleich ist. Hallo, du bist jetzt der gechillteste Mensch, den ich kenne. Du machst das so eigentlich richtig aus. Wenn wir alleine spielen? Wo ist die ausrastende Eidaria? Ich reiße mich im Stream sehr zusammen bei Crash Bandicoot. Ja, ich weiß, da, ja, das, die, 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 die Energie musst du hier auch bringen. Ich muss. Das ist eine neue Map. Overboard. Ja, stimmt, ich bin gespannt. Oh nein. Oh nein. Ich bin froh, dass ich die nicht machen muss. Viel Spaß. Oh nein. Ich sterbe. Das sieht heavy aus. Das sieht cyberpunkmäßig aus gerade. Hab ich nie gespielt, kann ich nicht so sagen. Das werde ich nicht spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay, verstehe, verstehe. Das bewegt sich da langsam. Ah, ja, ja, ja. Oh, da, 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 da. Okay. Puh, 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 puh. Das Geräusch ist einfach, ey. Nein, 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 nein. Hentai. 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 Oh Gott. Ich finde, mich erinnert, dass es gerade erst so ein bisschen so antronnen. Oder? Oh Gott. Oh Gott. Was geht denn hier jetzt ab? Nein. Wie geil ist das denn? Nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin auf der A-Plattform. Okay, das soll so sein. Wie geil war das denn? Oh Gott, sieht so ein bisschen aus wie bei Tron. Tron kenne ich nicht tatsächlich. Hallo Kino Nummer 2, da bist du in der Tron-Welt. Ja, aber ich, äh. Ich meine, der Originalfilm ist alt, der ist von Disney. Ich glaube, der ist irgendwie 1980 irgendwas. Oh Gott. Dann gab es noch diese neue Flagge. Oh Gott. Scheiße. Das hat einfach, drehen was davon. Puh, fast durchgeschafft. Wir sind aufgefliegen. Wir sind aufgefliegen. Warte mal. Komm mal, kleines Biest, du bist der Beste. Lass dir von keinem was einreden. Warte mal, willst du schwimmen gehen, ey? Warte mal, willst du schwimmen gehen, ey? Was ist das denn? Boah, ist das Hardcore. Das Geld ist echt beißend, ey. Ich finde das jetzt nicht so lustig, ehrlich gesagt. Boah, heftig, Alter. Boah, wie du aussiehst. Hast du Corona oder was? Was ist denn los mit dir? Boah, hee, du musst nix mit zu tun haben, hee. Guck mal hier, wir hatten gerade 59, die sind 48, die wollen das auch nicht. Guck mal, 57 fände mal weniger. Mach dir mal Gedanken, warum. Scheiße, die armen Leute. Das ist die Neue, das ist eines der neuen Dinger. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kenne ich auch nicht. Das ist das, wo ich beim ersten Mal verkackt habe vorhin, wo ich allein gespielt habe. Boah, das ist das, wo wir jetzt wahrscheinlich auch verkacken werden. Nee, ich habe meine Glücksfarbe. Du greifst da raus wie die Sonne, ey, mit deiner Farbe, ohne Scheiß. Boah, nee, 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 nein, 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 nein. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, oh fuck, 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 oh Gott. Fugeli-Fug. 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 Ja, genau. Fugeli-Fug. Nein! Nein, nein, du kleines Fug. Bis ab 18 ist alles gut, du darfst fluchen. Nein! Nein! Hm. Boah, okay, das ist, genau, ich mach genau einen Hechtsprung dazwischen. Ja. Wunderbärchen. Boah, Digi, du hast es voll, und genau wieder in die Mitte. Juhu, rein, rein in das ganze Ding. Tolle Fahrt dabei sein, und jetzt rückwärts. Oi, 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 oi. Lass mich, lass mich leben, oh Gott. Da musst du eben zick-zack. Ja, das habe ich schon, das sehe ich auch. Nein! Kann ich knicken, stopp ich nicht. Weißt du, ich sag im zick-zack-wump, was machst du, Hechtsprung rein. Nein! Was bist du denn? Du hättest nach links gehen müssen, und nicht mitten rein. Du hättest nach links gehen müssen, und nicht mitten rein. Ja, was ist denn, zieh dir deine 80er Jahre, badel und zuck da an und geh schwimmen, ey. Das heißt Liviosa, nicht Liviosa. Jaja, eben drum. Ey, sag mal. Pfff. Ach Gott, ich hasse dieses Spiel. Ja, ich auch. Können wir gleich gerne machen. Ich will nicht mehr. Ich bin auf das deutsche Interface und die Übersetzung sehr gespannt. Ja. Also vor allem halt, die deutsche Übersetzung hat sich geändert. Im Spiel selber kann ich dir nicht sagen, weil ich vorhin keine Gruppe gefunden habe. Alles gut. Ob sich da jetzt irgendetwas geändert hat. Also ich finde meine Farbe geil. Ey, hat die auch noch eine Eins hinten drauf, als wenn sie irgendwie Erster sind? Ja klar. Wie Pseudo ist das denn? Ja klar. Natürlich. Warum auch nicht? Ich bin immer Erste. Mhm. Erste von hinten. Ja, spiel mal. Ja, ey. Geil. Super Aktion. Hat sie aber auch noch vorne auf der Brust gepinnt? Ich glaub das nicht. Boah, ist das eine riesen Lüge, ey. Ey, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja hammerhart, ey. Ich hab mein letztes Lego Projekt fertig. Echt? Sehr cool. Wer ist mit seinem Lego Projekt fertig? Äh, Masaki. Musst du mir unbedingt mal zeigen. Nein. Ey, komm, du bist doch die Nummer eins. Du kannst doch gar nicht verkacken. Juhu. Hahaha. Glück. Es sind schon übrigens zwei im Ziel, ne? Du bist es nicht, also... Nein. Ja. Hahaha. Voll dran vorbeigeflogen. Geil. Nummer eins, was los? Startschwierigkeiten. Nö, eigentlich nicht. Sagen wir das mal so, ich bin sehr... Oh Gott, was war das denn? Ich bin sehr vorsichtig. Das hat ihn um und einfach nur geknallt. Weißt du nicht, was mein Foto irgendwie wieder anstellt? Oder die Tiere. Übrigens, ich hab's geschafft. Nummer so, ne? Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Die Nummer eins hat es geschafft. Hahaha. Aber nicht als erstes. Ey, ist ja auch noch nicht die Endrunde. Jetzt gewinn ich. Jetzt werde ich gewinnen. Ey, du stichst da so in Hervor auf diesen Kasten. Hahaha. Ohne Witz. Ich, ey, ey. Ich, ey, ey, ey. Du sagst, ich kann das denn zu sehen. Aber, bam, direkt so, bruch, geil. Hahaha. Ich find die Farbe geil. Die nehm ich jetzt immer. Mhm. Toll. Aber wir müssen das unbedingt mal zu viert spielen. Nächste Woche auf jeden Fall zu dritt. Scheiß Kreislauf. Das kenn ich auch noch nicht. Oder ist das das von jedem? Ey, das ist toll. Jetzt bin ich tot und es kommen die guten neuen Levels. Ach, das ist ein Wettrennen. Zwei Runden muss man schaffen. Okay. Renne zwei Runden auf der Strecke. Ach, du Kacke. Naja, wenn man nicht runterfallen kann, schaff ich das vielleicht. Ach, du bist doch die Nummer eins. Das geht auch. Das ist aber cool irgendwie. Hey. Ja. Hey. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ey, sag mal. Joa. Ich, ich glaub die Badehose hindert dich. Ja, so bitte, ne? Was? Diese Farben passen einfach nicht zu deinem Geld. Joa. 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 Ähm. So, da sind die Discords dann nicht raus. Ah, okay. Super. Guck ich mir dann später an. Äh, okay, da komm ich nicht hoch. Ja, wieso immer denn da. Äh, hallo, ich komm da nicht mehr raus. Ich find's lustig. Ich nicht. Ich glaub du bist letzter, ne? Ja, glaub ich auch. Der erste von hinten passt ja immer noch die Eins, also alles gut. ja ich verstehe das system von diesem ganz verstanden das sonnengebräunte kann ich mehr holen das sonnengebräunte möchte ich also jetzt muss ich einmal wieder jetzt muss ich tatsächlich einmal in die 1-8-szene spielen ja ich gucke ich gucke ich gucke ja 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 ja